hallo und herzlich willkommen hier bei LP mit Phony wir haben jetzt in der letzten Folge haben wir jetzt den Typen den Gollum nicht fertig gemacht und jetzt versuchen wir es erneut dieses Riesenfiech fertig zu machen Nathalie hat es dann ohne mich geschafft gehabt aber die muss jetzt ein zweites mal und ich muss jetzt den einmal besiegen dann geht es gleich mal hier los diese Elektrogranaten sind so geil ich habe dann auf einmal voll den fette Granatenwerfer in der Hand ich muss den Skill noch woanders da reinpacken sonst kann da nichts gehen weil ey der ist ja OP dann kriegt er da nochmal rein dann kriegt er den hier nochmal mit rein ich brauche einfach die Granaten jetzt ist mein Granatenwerfer vollständig ausgelotet so jetzt kommt es jetzt kommt der Granatenwerfer so und jetzt feuerfrei Granatenwerfer ich habe hier alle liegen so ich habe ihn ich brauche Heilung ja Dankeschön bitte ich bin auch noch eine roten rote Kugeln wenn du brauchst nennen sie dir oh ich gönn dir gönn dir da hinten und du komm her ich bönn dir so ich brauche nochmal Heilung ja danke die kommt schon geflogen Krut in Gold, jawohl, das ist wichtig, färb, so, und weiter geht's. So, next, und werden wir bekanntes mit dem Granatenwerfer machen, jawohl, wow, 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 wow. Ich habe alle da, ich habe alle da, jetzt, es game over. So, jetzt habe ich wieder aufgehielt. Aua, aua, Mann, ihr werdet mir bloß, hier. noch mal hier Aua Oh, 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 puh. Oh, 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 oh. Oh, ah, oh, 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 oh. Aber die Земственin, den Bereich an wollen. Oh, 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 oh. ich bin voll jetzt fehlt nur noch du du hast genügend items oder ich habe jetzt schon wieder neue energie items die machen 3000 die habe ich auch also ich habe mittlerweile aus jeder stufe welche da und ich habe fast 100 stück von jedem ich kaufe mir die aber gar nicht du weißt wir müssen warten mit den riesengolen denn der macht die maschine kaputt wir machen bloß soweit wir kommen den rest übernimmt deswegen so ich muss jetzt weg ich warte 121 ja weil wir kriegen auch die xp wenn die dinge wenn das durch das gerät kaputt gehen durch dann unterstützungsangriff kriegen wir auch die xp dafür ich kriege gerade ganze neue titel ja ein geteilung so ja komm die mögen mich nicht deine kugeln jawohl passt ich bin jetzt dort haben sie es nicht angenommen so wo ist da geht es weiter so ja ja noch so Oh, Nathalie hat Probleme. Wieso? Ich habe einfach nur einmal mit dem Raketenwerfer drauf. Ich habe keine Probleme. So. Einfach draufhauen. Bam, Elektro macht den hin. Ah, da ist noch ein kleiner Zwicky. Musst du nicht zu deiner Mami? Na doch, weg geht zu seiner Mami. Er hat geweint, weil ich ihn umgebracht habe. Oh, ich muss noch looten. Vielleicht ist da wieder Highlight-Items dabei. Jawoll, äh, Bulle brauche ich nicht. So, einmal hochgehen. Ach. So. Wunderlich haben wir was. Da, da. Ich dachte, du schickst mir die anderen Dinger. Achso, ich bin fährig. War doch nicht so schnell aufgeladen. So. Jetzt kommt der fette Golem. Ja. Wahrscheinlich sind das verborgene Quests, was war das? Den habe ich. Als Gatter. Ja. Aber darauf passt ich nicht. Gleich drauf. Alter, macht der Damage. OP. Ja. Du musst ein bisschen. Abstart nehmen. So. Auge. Spring. Ah. Hallo, komm. So. Ich zwitsche mal rum. So. Ich zwitsche mal rum. Filem. Das sind die elektro Dinge, die helfen. Los. Und dreht mich auf mich abgesehen? jetzt wieder auf mich hielung hier ist ein ball ja ich glaube schon ich glaube schon wenn ich habe weg da du kriegst heilung ja hier ist noch mal ein roter ball wenn du warte warte kommt hier fliegt wo sowohl wo sowohl ist der ball da hinten ist der ball renn halt durch den ball ja durch ist er das item war ein schwert und ein schwert brauche ich nicht ich habe rüstung die alles besser ist ja ja ich aber es wird das wo ich nicht brauche ich habe ja da 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 dann gehen wir raus tauschen und wir sehen uns in der nächsten folge bis dann und rein gehauen und dann